Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder London 2012 zusammen mit dem McManus und dem Poway. Hi Leute. Grüß euch. So, jetzt wird es interessant. So. Weilsprung. Also einfach nur A und dann linker Stick. Alle bereit, jetzt geht es los, Jamaika. Renn um dein Leben. Ja. Ja, gut. Großer Winkel ist nicht gut. Erstmal durchgelaufen. Ja, ich bin gut abgesprungen, aber mein Winkel war kacke. 572, äh 27, das krieg ich schon fast den Readler ab früher. Heute krieg ich da noch nicht mehr hin. Ich kleiner Mops. Uiuiuiuiuiui. Gut, ich bin einfach mal durchgelaufen. Auch schön. Ich auch. Also der macht nicht nur einen Schritt, der springt direkt ab, wenn du... Okay, alles klar. Ja, das muss genau auf dem Fuß quasi passen. Und da musst du gucken, in welchen Winkel du das L-Dinge dann auch wieder hoch prügelt. Ja, ja. Zu großer Winkel. Krass. Alter, ist das... Junge, da springt die Klasse 4b weiter. Ja, ja. Ich guck euch mal da. Junge, bei wie viel liegt der Weltrekord? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Noch gar nicht gesehen. Auf dem Sand. So weit bin ich ja nicht gekommen. Der Weltrekord liegt bei 9 Meter und. Ja. Und ich bin übergetreten, so einen halben Fuß, so eine Kacke. Gott, bin ich schlecht. Also das ist ja noch gar nicht mal eine Disziplin irgendwie. Schön, dass wir die auch mal gefunden haben. Wow. Komm, letzte Folge hab ich nie da. Hast du gewonnen. Kann das sein, dass Freezy noch gar nicht gewonnen hat? Hab doch gedrückt. Nee, hab doch gar nicht. Oh, das ist gut. Der hat mich das letzte Mal abgezogen. Warum macht der das denn nicht? Zu großem Winkel. Drückst du zu spät, dann macht der einen Schritt zu viel. Oh ja. Erste Goldmedaille. Auch nicht schlecht. Aber es war keine Leistung, mit der man sich hier rühmen muss. Das steht mal fest. Also das war Katastrophe. Auf jeden Fall. Boah. Schade. Wir müssen aufpassen, wenn die Frauendisziplin kommt, heute hier nur viele Punkte. Recht? Ja. Ha. Kommt die nicht jetzt? 400 Meter der Frauen? Jo. Jo. Bin ich immer so abgelenkt, ey. Oh, guck, bei 400 Meter mussten wir kraftordentlich einteilen. Da darf man bestimmt auch nicht zu schnell drücken oder so, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Boah. Oh, ist aber stabil gebaut, die junge Dame. Ja, meiner auch. Also das kann was werden, die hat er belöcke. Aber schön. Schöne Figur. Und? Schönen Popos. Okay. Alter, ist das dein Ernst? Was denn? Wie geht denn das? Wieso rennst du so schnell? Tja, Junge. Tja, Junge. Ich hab zwei Hände. Das gibt's ja nicht. Guck mal, Mann. Kaffee. Wieso bist du so schnell gerannt? Du musst ja die gut einteilen, die Dinge. Du hast echt meine Kraft zu schlecht, aber ich bin die ganze Zeit so mit dem Grün an der oberen Grenze gerannt. War das nicht gut? Ja. Doch, sicher ist das gut. Und du kannst halt ein bisschen, hast du halt, kannst ja auch mal da drüber gehen. Hast ja noch diesen blauen Balken auch gehabt. Ah. Ja, ja. Na gut, Gold und Silber ist schon mal nicht so schlecht. Ja, Gold und Bronze ist auch gut. Gut, wenn ich jetzt noch kein Gold hätte, das wär blöd. Ja, der wird mich auch anr kotzen. Jo, ho, 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 ho. Stell dir mal vor, er hat es auch noch nie gefunden und so, ne? Nö. Kunst und Turm? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist… Das wird sich halt genau so beinahe. Ach, das ist ja genau der gleiche Quark wieder. so jetzt kommt hier die gazelle oder wie heißt die mit dem rüschel bei mir stehen auf andere spieler warten so sich auch aus ist halt nur geschützt bei mir durch ein bisschen oberflächen ein halb vorwärts nein nein oh gott ja gut USA hat mich gut bewertet ich bin ja USA oh was sind das für bewertungen ja so will ich das sehen Alter Freezy was bist du denn bist du Ariel oder wat ja ich bin Ariel was ist er du bauchklatscher oh gott ich was hat mal wie macht ihr das habt ihr schon mal gemacht wo ich nicht dabei war nein ich weiß gerade gar nicht was ich gemacht habe wenn ich ehrlich bin aber 38 4 auf spieler warten auf welchen warten wir gerade ok so was nehmen wir jetzt keine Ahnung ich weiß es auch noch nicht rückwärts rückwärts kann ja nicht so schwer sein so ja das war nicht so klar dezenter bauchklatscher ok wesentlich besser zumindest als wenn jetzt dürft ihr auch mal so punkte haben hier dezenter bauchklatscher ja guck das war jetzt nicht so toll du guck mal wie viele punkte du hast doch wesentlich mehr als beim ersten geholt das ach zunge raus macht er den ach man ich bin schon angelaufen ist diot Mist ach ich schack dir ich muss hin ach das landen alter scheiße Was war das denn? Alles gut, mein schwarzer Freund. Das wird wieder. Du versaust dir deine Goldmedaille. Ja. Ich merke es. Ja, verstehe. Und hat 14,5. Läuft. Ja, ja. Hast du verstanden? Ja, ja. Jetzt. Okay, alles klar. Ein gehechteter Delfin. Oh, lecker. Aber ich wusste immer noch, ich verstehe nicht, ich wusste diese Schrauben, macht ihr auch Schrauben und sowas? Was, Schrauben? Also Y und B und so, habt ihr das schon mal gedrückt? Nee, ne? Ich mach das, was ich drücken soll. Ja, genau. Natürlich ist es nicht so pralle. Ich hab abgeschissen und es tot ist. Aber ich könnte noch, okay. Okay. Oh Gott. Muss man die dann gleichzeitig drücken? Ja, ja. Ey, Mann. Aua, mein Bauch. Gott. Gott, war das schlecht. Ja. Das sind Sachen, die muss man, glaube ich, ein bisschen üben, ey. Oh, das wird doch nochmal spannend beim Letzten jetzt. Volles Risiko. Puh, warten auf Freezy, ob er mir das noch streitig macht. Meine ich Old Metal? Nee, meine ich nicht mehr. Ich hab nur Ansprungen gemacht. Da hab ich noch Silber gekriegt. Unglaublich. Freezy, Alter. Was hast du denn jetzt gemacht? Der Heif war vom Brett gespalten, wahrscheinlich. Ich musste YB drücken, wo ich drücke YX. Oh. Ja. Und dann war das falsch und dann hat er eine Arschbombe gemacht. Ach, der hat schon wieder Punkte gleich, ihr beide Tino. Wieder Punkte gleich. Nur, dass du zweimal Gold hast. Ja. Ja. Jetzt geht nicht. Schießen. Jetzt. Ja. Autorary. Autorary. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Puh. Oh. Oh, lol. Den hab ich mal gar nicht getroffen. Oh. Oh. Ach, Double. Okay. Heiße. Daneben. Das will ich gern mit Maus spielen, ey. Ja. Das hab ich mir auch grad gedacht. Oh. Oh. Spielt es eine Rolle, wie schnell man die trifft? Nein. Das ist egal. Oh. Sie sind schon extrem cool mit ihrer Schrotflinde da, ne? Oh, alter. Der letzte ist aber richtig schnell. Das ist ja schnell, ey. Ja. Very nice. Two more targets still to hit. Amazing stuff. Baby. Oh, Frizi. Ah. Ah, das sind heute drin. Das sind noch ein paar Stationen. Ja, ja. Mama. Und ich bin so ein Pettläger-Szeniker, ne? Echt? Also, sowas brauche ich eine Maus. Oh, fuck. Einen hab ich verwissen. Oh, Gott sei Dank. Oh, was? Vierdurchgänge? Lol. Was, denn noch ein paar mehr? Achso, du meinst jetzt das Ding ans Jahr? Oh. Oh, nee. Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, ist das knapp. Sauber, der schnell. Das war ein Turbo-Ende. Turbo-Man. Oh, Paui. Oh, was? Oh, fuck. Geiß, da müssen die dann alle so gut sein. Oh, klarstatt. Oh. Ach, komm schon. Den ersten hat aber keiner getroffen. Jetzt ist alles entscheidend, Dido. Den ersten hat keiner getroffen. Punkte gleich. Okay. Ja, er hat wirklich beide gewollt. Scheiße, das ist doch nicht wahr. Oh, ich habe einen Kampf im Ball. Ah, da habe ich einfach nicht die Nerven gehabt. Da habe ich nicht die Nerven gehabt. Ärgerlich. Ja, ich habe mir mal einen Titel wieder geholt. Olympiasäer. Ja, schon Ende oder was? Ja, schon Ende, sicher. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.